Liebe Freunde, wir haben einen großartigen Wahlsonntag hinter uns und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch allen noch mal ganz herzlich zu danken für den großartigen Einsatz in den letzten Wochen und Monaten. Die Junge Union war die treibende Kraft in diesem Wahlkampf und wir sind alle sehr dankbar und froh, dass es uns gelungen ist, in Hessen aber auch auf Bundesebene stärkste Partei zu werden, auf Bundesebene ganz knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. in Hessen deutlich vor der SPD und wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, auch mit zahlreichen jungen Kandidaten in die Parlamente einzuziehen. Das ist eine gute Basis für die Arbeit in den nächsten Monaten und Jahren. Ich freue mich drauf. Alles Gute, euer Stefan. Deutschland! 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 Wir werden uns von Herzen bedanken bei den vielen, vielen, die uns gewählt haben, bei den vielen die uns geholfen haben und vor allen Dingen bei diesen fantastischen vielen Jungen, die uns geholfen haben. Diejenigen in unserem Team, diejenigen in der Jungen Union, diejenigen in der Landesgeschäftsstelle und deshalb ein herzlichen Dank an Sie alle. Ohne die Ursel wäre das so nicht möglich gewesen. Sie sagen es ganz gut. Das ist wahrscheinlich jetzt gegen alle Regeln. Aber ich bedanke mich ausdrücklich bei dem tollen Team, was uns die ganze Zeit begleitet hat. Bei den vielen von der Jungen Union, von der Schülerunion, die uns so viel Kraft gegeben haben und mich so lieb auch mit aufgenommen haben. Es war für mich eine tolle Zeit, die ich auch nicht mitten möchte. Tausend Dank. Vielen Dank.